Hallo und herzlich willkommen zu A Watch. Wieder Quick Play. Sombra. Genau. Sombra. Weil Spaß. Ganz klar. Ich habe Lust. Sombra. Ich habe die Dings immer noch nicht geändert. Möchte ich eigentlich mal. Das ist ein bisschen langweilig. Sprays, die ich habe von Sombra. Hack that shit. Ich möchte mehr hacken. Gehen weg. Verdammt. Das war, ich hatte den Translocator. Den ganzen Kästchen sollen hacken. Aber ich habe den Hindenhallen. Ja, Matipack gehackt. Kommst du? Dumm, Batz. Ich treffe irgendwie gerade nichts. Das ist ja schlimm. Die sind zu offensiv hier. Was? Was war dat? Was zu fick? Der hat mich einfach getroffen. Einfach so. Einfach reingeballert. Und irgendwas getroffen. Komm schon. Ich mach mal was. Komm schon. Ich mach mal was. Steppt einfach. Steppt einfach. So einfach ist es. Aber steppt ja nicht einfach. Unser Team kriegt auch nichts auf die Reihe, oder? Gott. Der Lucio nervt einen richtig hart. Ihr wisst schon, dass ich das gehackt habe, oder? Ihr habt kein bisschen Heal hier. Null. Komm schon. Hack. Ich möchte hacken. Da. Komm schon. Okay. Jetzt kommt ihr hartengeschützt. Geh mal weg hier. Wow. Das Team. Wirklich. Mein Gott. Das ist eine Runde. Ja, du müsstest besser werden. Das ist ja extrem viel besser. Sonst wird das hier nichts, du. Wer ist mal mit Fessel? Ich hab's versucht mit zu wechseln, ne? Danke. Anzo hat null Sinn gerade. Wir müssen. Ich hab's versucht mit dem Gold-Buff. Ich hab's versucht mit dem Gold-Buff. Ich hab's versucht mit dem Gold-Buff. Ja, wo ist er denn? Wo sind sie denn? Ich mach zu viel Damage. So, geht doch. Deshalb bist du ihn am übertreiben, ne? So, geht doch. Äh, nein. Stirb! Ja, wo ist sie? Da ist auf jeden Fall der Lucy. Oh! Wat? Das muss ich jetzt sehen. Das sind einfach so lucky shots, den er trifft. Das sind zu krasse Lockshots, als dass sie irgendwas bringen würden. Komm schon! Komm schon! Danke! Boop! Ah, ich dachte, ich sei mehr als nur ich auf den Punkt, da bin ich ein bisschen zu krass offensiv gewesen. Aber ich hab mir nen Kerl gemacht, das ist alles okay. Hei! Kannst nicht... Hei! Wow! Amendo! Amendo! Mann! Komm schon! Was ist denn? Lauf dir... nicht rein, einfach so... Dummbatz! Was? Warum?! Und jetzt fliegt Rainer drunter. Ja. Wir haben... Drei Pigs! Geht auf den fucking Punkt! Geht auf den Punkt! Let's attack the objective! Limmel! Du! Limmel! Du! Limmel! Ich hätte fast runtergefahren. Komm schon! Oh mein Gott, die Falle! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Boop! Ich hab... Also... Discord hab ich nicht mehr... Ne! Ich bin weg! LoL! Ich bin weg! LoL! Wo ist er? Wo ist er? Ich bin weg hier! Nein! Wiederschauen! Tsss! Komm schon! Ah! Das ist ein bisschen zu viel Damage. Oh wow! Ich hole mir die... Keine Angst! Ist zu! Dumm Batz! Wut! 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 Hast du auch mal einen Rest oder so Mercy? Anscheinend... Wow! Also die Mercy... Ne! Nicht so gut! Verdammt! Das ist auch grad ein bisschen unfair hier! Schade! Schade! Oh kommt! Hört auf mit diesem Schwachsinn! Genji war gut! Das macht das schon zu viel aus! Das macht zu viel aus wenn ein guter Genji... Nein! Jetzt kommt das doch! Was? Da hat man keine Chance! Null! Nein! So! Nächste Runde! Das ist einfach ein Lucio im Kaktus! Und Mercy! Sag ich euch mal wie man Mercy spielt! Ich kann sie auch ein bisschen glaube ich... Ich hoffe! Aber... Nicht aber! Nicht aber! Einfach so! Zeig euch mal! Wie mir es geht! Ich habe es jetzt auch schon lange... Weitere nicht mehr gespielt! Die wird ja wieder tot genervt! So! Auf dem PTR hat sie wieder ein Patch gegeben! Dann... Pusse ich halt dich! Ist auch gut! Geh da raus und töte Dinge! Gott! Muss ich? Muss ich? Mein Gott! Soll ich es ausschalten muss ich... Puschen, ne? Jajaja! Kopf! Warum? Wenn sie zu dumm sind um... Verdammt! Ich bin reingeblieben! Ah! Schade! Und die Sombra macht nix! Was war das denn für ein Schwachsinn? Ihr wisst schon, dass man hinten rum kann? Ah, die Sombra macht's gut! Kick, kick, kick! I'm coming! Töte Dinge! Komm schon! Komm schon! Schaffst du's? Ja, das ist immerhin eine gute Idee! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Tch! Ich muss den Tank heilen! Wow! Ich hätte ne Ulti! Ist das so schwer! Wow 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 wow! Mein Gott! Was macht der? Diese Oralisa du! Diese Oralisa du! Du musst sicher ein bisschen... Aggressiver sein du! Komm schon! Töte! Dünge! Ich muss den Tank heilen! Ich halte den Tank heilen! Ich halte den Tank heilen, die dumme Betze! Komm schon! Okay! Whatever! Ja 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 ja. Ich booste ja. Einfach alles schön. Manchmal denke ich nur, warum spielen sie überhaupt, wenn sie so defensiv spielen. Oh man, schade. Ihr müsst auf die Payload, Damen und Herren. Auf die Payload. So. Viele verstehen das halt immer noch nicht. Auch nach all den Jahren. Nach dem ganzen Jahr. Seit es die Payload gibt. Es gibt immer noch Leute, die es nicht verstehen, dass die Payload wichtig ist. Ich heule dich. Hat nicht viel gebracht. Oh mein Gott. Hilf mir du! Was macht ihr da hinten? Wow ey. Was zum Fick ist los? Muss ich wirklich Battle Mercy sein oder wie? Ich bin der schlechte Battle Mercy. Aber wenn ihr kein Damage macht, dann muss ich halt. So einfach ist das. Das verstehen Leute nicht. Dass man einfach... Man attacken soll! Man hat irgendwie zwei Pixel oder so, dann nimmst du mal nicht überzahl. Ach. Ja, sterb doch einfach wieder. Wow! Ja, war kacke. Mann! Kämpf nicht gegen einen Junkrat in dem Raum. Komm. Du hast ihn gehackt. Dann ist es gut. Ah, sie hat es geschafft. Aber sie starb trotz. Ja gut. Komm schon! So. Piñata! Viva Piñata! Ich komme! Freunde! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Hi! Es geht! Du hast fucking... Shield, genau. Oh nein! Oh nein! Ich habe erst zwei wiederbelebt. Das ist ja nicht gut. Und jetzt sterben wieder alle, ne? Einfach mal sammeln, meine Damen und Herren. Group up! Was macht hier Orisa? Hoi, Zama! Habt ihr's? Danke! Ah Gott, die Sombra kann da bleiben. Das ist mir egal. Die muss ja flanken. Und stirbt. Instant. Also... Ich hätte auch eine Ulti für einen Notfall. Alles gut. Mhm. Tag! Schwachsinn hier! Oh mein Gott. Geh schon! Brrrrrrrrrr! Brrrrrrrr! Das müssen wir halt verarschen hier! Pusht! Raus! Oh nein! Es sterben eh alle! Das ist das Problem! Wo ist unsere PAYLOAD? Verdammte Axt! Baiload! Wow! Dieses Team... Was zum Fick macht die Sombra? Ich versteh es nicht. Ich versteh es einfach nicht, was sie versucht. Baiload! Boah, schon der Einzige, der irgendwas versucht hat, ne? Aber ja, egal. Ist ja nur Quickplay. Ist nur Quickplay, da ist alles okay. Da hat es funktioniert, hat es funktioniert, aber... Und sonst? Nee. Überhaupt nicht. Ja! Danke! Wenigstens jemand hat es verstanden. Und... 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 Okay. Na gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Und... Tschüss! E Mon ... Bis zum nächsten Mal! Und... Wir machen.